Oh, da ist das ein... Oh, jetzt müssen wir Tag-Team. Ja. Warte, ist soweit. Oh, jetzt, jetzt. Ich verfolge mal... Oh Gott! Oh Gott! Patrick, bitte schneid das raus! Bitte schneid das raus! Das darf doch keiner sehen! Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Badwars-Woche. Dieses Mal auf der Map Balloons zusammen mit dir, Beckmann. Hi! Hi! Na? 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 Na, wie klingt's? Du, klein siehst du, Maus, du? Was machst du denn hier? Ja, ich bin ja gerade so ein bisschen von der Side of Life hier in Balloons reingesteppt und... Dann baue ich mal schnell weiter in die, in die Middle. In die Middle? Oh, Alter, hast du aber gerade ordentlich, ordentlich eingesammelt. Das sah ziemlich krass aus, wie so ein Staubsauger. So... Bist du... Keine Ahnung, wieso mir das in den Sinn kommt. Bist du mehr so der Typ, der so einen, so einen Beutel-Staubsauger hat? Oder so einen, so einen, so einen, so einen, so einen krassen? Ne, ich bin ein Verfechter des Beutel-Staubsaugers. Nein! Oh, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert, der hat ein Schwert, okay. Aber ich weiß ja schon, dass ihr im YouTube-Haus hier... Nein! ...mäßig in Dyson rumreicht. Ja, der, der wird richtig rumgereicht. Äh, ja, ja, weil Revy und ich haben ja noch keinen Staubsauger. Das ist das Problem. Wir haben ja eigentlich, eigentlich haben wir fast gar nichts. Ja. Und, äh, ich hab nicht meine Couch, hab eigentlich nur mein Bett seit, seit zwei Wochen irgendwie da rumstehen und... ...so ein paar Schränke. Aber mehr braucht man auch nicht zum Leben. Ja, das stimmt. Wie der Loca, ey. Was heißt Levin, wie der Loca übersetzt? Oh, nein! Alles, alles gut, Bergy? Hast grad ein Bett abgebaut, oder? Ne, ich, du wolltest wissen, was das übersetzt heißt. Ja. Und, äh, ich hab dir die Antwort gegeben. Ah, okay. Klingt logisch. Ne, was heißt es denn? Ich weiß es nicht, deshalb hab ich ja dich gefragt. Ne, warum sagst du es dann die ganze Zeit? Was ist, wenn das irgendwie heißt, ich hab einen superkleinen oder sowas? Und du sagst das immer, abends der Disse. Hä, das hat doch immer Enrique Iglesias oder so gesagt. Ja. Ja, kann doch sein. Ja, aber das singt doch nicht, ich hab einen superkleinen, ey, ey, ey. Ja, du, in Spanien ist das eine andere Mentalität. Ist das Spanier, oder was ist das? Der müsste Spanier, oder, oder, ich weiß es gar nicht. Doch, Enrique, der hat doch so einen spanischen... Regeglesias. So würde ich auch gerne heißen, das ist voll der coole Name. Ja, das wäre wirklich ein schöner Name. Regeglesias. Da würde ich auch viel lieber mit dir aufnehmen, wenn du so einen coolen Namen hättest. Ja. Ja. Nicht mit Paluten, sondern mit Erik. Ja, das ist mit Erik und Fernando Ortega. Oh Gott, der hat einen Bogen! Und ich werd hier komplett Sandwich-Position gerade. Von beiden Seiten. Ihr habt's noch ein bisschen aus dem Augenwinkel gehört. Äh, gesehen. Aus dem Augenwinkel gehört. Läuft bei mir. So, komm, jetzt snacke ich. Jetzt snacke ich selber mal ein bisschen was. Sneak erstmal ein bisschen aus einer feudalen Position. So, zack. Da haust du aber heute auch Behörde raus, ey. Ja. Ja, vor allen Dingen weiß ich nicht mehr ganz genau was feudal bedeutet. Aber ich dachte... Ja, wird schon stimmen. Wird schon stimmen. Ich nehm dir wieder locker, ne? Genau. Ja gut, das ist mein Team. Hi. Hi. So, zack. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Was denn? Achso, das bist du. Das schreckt mich doch nicht so. Ja, ich weiß auch nicht. Ich hab nur getrunken vor der Aufnahme. Ach. Ach, Mensch. Aber Gelb hol ich mir jetzt. Einfach nur, weil ich ein krasser Typ bin. Komm, mach es. Okay, hab ich. Du musst jetzt auch deliveren. Oh! Da kommt der andere Gelb direkt. Der Firecrafter. Oh Gott, Alter. Der hat immer sofort 1-1-2. Schon weiter. Oh Mann ey. Achja, ich mag das spät aufzunehmen, muss ich irgendwie sagen. Ich finde irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie, hat so ein anderes Feeling. Aber das mache ich einfach viel zu selten. Ja, das stimmt. Du wolltest eigentlich sagen, dass du das ein bisschen vermisst hast, ne? Ne. So schön. Ach komm. Muss ich doch nicht schämen, der. Ja. Ich muss auch sagen. Oh, oh. Warte mal. Komm, 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 komm. Mega Electronics. Was? Oh, der hat mich gut, der hat mich gut weggesnackt. Oh, mit dem Bogen. Das, das war gerade, das war gerade nicht so gut. Oh, wer hat denn nen Bogen? Ne, ich hatte nen Bogen. Ah, okay. Hab den, hey, ich hab ihn einmal. Alles gut. Ja, jetzt, sieh weiter. Okay, hab ihn einmal angeschossen. Aber dann hab ich ganz gut getroffen. Aber danach hat er mich komplett zerstört. Okay. Hab ich bisschen geweint. Das mache ich ganz gerne mal auch während der Aufnahme. Zurecht. So, zeig, jetzt snacken wir hier. Ey, ich bin letztens nochmal in unserer Stammspiele vorbeigegangen. Ja. Und, ähm, da waren so Bilder, die ich noch nie gesehen habe. Ich glaub, die haben renoviert. Okay. Also. Meinst du, die haben sich gegönnt, oder was? Die haben sich richtig gegönnt. Ich mein, wir haben ja auch, wir haben ja auch genügt, äh. Oh nein. Nein. Was denn? Nein! Ach man, das macht mich, das macht mich richtig wahnsinnig. Ich glaub, ich hab wieder auch aus dem Augenwinkel gesehen, wie du da einfach mal gefallen. Ja. Es ist einfach. Ja, aber weißt du, man darf nicht aufgeben. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du musst immer positiv bleiben. Man wird dann fünf Minuten gebannt. Wird dann fünf Minuten gebannt? Weil man liebt? Ja, kennst du das nicht? Ja, doch, ich weiß, dass man fünf Minuten gebannt wird. Aber das passt doch nicht mit dem niemals aufgeben. Ja, doch. Weil die meisten geben ja auf und liefen dann die Runde. Achso. Ja, ja, okay. Oh, jetzt müssen wir Tag-Team. Ja. Warte, ist soweit. Oh, jetzt, jetzt. Ich, ich, ich verfolg mal. Oh Gott! Oh Gott! Patrick, bitte schneid das raus! Bitte schneid das raus! Das darf doch keiner sehen! Oh nein, nein. Bitte, 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 bitte. Kombo des Todes, Kombo des Todes. Nein! Und Berge, Berge, ich bräuchte, ich bräuchte. Oh nein, jetzt sind hier die ganzen gelben. Wie soll ich die denn in den Schach halten? Du musst einfach schnell zu gelb kommen. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. Ich bin auf dem Weg. Oh Gott, ich, ey, ich schaff das so lange nicht. Zehn Sekunden. Aber rot ist hier, mit dem Bogen. Okay, ich kann ihn so lange nicht auch... Oh, jetzt ist der Nigger, ich bin tot. Verdammt, ey, wir waren so nah dran. Ey, dieser Rote, der wirft mir immer noch Pfeile rein, obwohl... Ah, ja, genau! Alles gut? Ja, ja. Der Bett war's richtig vermisst. Warum, jetzt geiern sie da in der Mitte, mit ihrem Bogen. Ah, das hatten wir noch gar nicht auf dieser Web. Nee, das hatten wir echt nicht. Aber egal, es sind ja noch... Team Grün hat's schon so ein bisschen... Ja, die haben den Weg abgebaut hier. Ach, ich liebe... Ja, ich krieg schon wieder ordentlich... Tschüss, Palle, ciao! Ich guck mal, was es hier unten gibt. Ich guck mal, was es unten unter der Web gibt. Da läuft der wieder. Niemals aufgebögt. Nein. Okay, ich probier auch mal mein Glück. Warte, jetzt hab ich hier aber schon wieder so viel Eisen zu verschwenden. Guck mal, es sind aber aus jedem Team... Oh, warte. Nein, 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 nein. Nee, 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 Bro. Nee, 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 nee. Ja, das war's mit einem. Sauber. Probieren wir's nochmal bei Gelb? Gelb ist kein Weg mehr da. Verdammt. Okay, dann lass einfach probieren, wenigstens ein bisschen Gold zu saven. Ich mein, jetzt haben wir endlich mal die Mitte. Ja, gut, dann probier ich's. Ich geh runter. Okay, ja, ich versuch dich zu deafen. Soll ich bei vier Gold gehen, damit wir einen Bogen zumindest haben? Ja, ja, mach, mach, mach. Da kommt jetzt aber... Warte mal, ich werd einfach bei so... Feuer bekämpfen wir mit Feuer. Baue ich einfach euren Weg ab. Okay, ich hab viel Gold. Okay, nice, nice, nice. Ich hab ein bisschen schlecht auf dich aufgepasst. Ja, alles gut. Aber sie konnten's nicht nutzen. Oh, jetzt fliegen da aber... Oh, 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 jetzt werd ich schon ein bisschen angeschossen hier. Ich hoffe, ich schau es. Berkey, Berkey, bitte. Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Okay. Tu den Bogen jetzt hier in die Truhe. Oh Gott, ey, da kommen jetzt so viele von Rot. Oh Gott. Okay. Ach, warte, ja, ja, wie... Schießt der mich wieder ab? Ey, ich schwör euch. Geh ich eben hier hinter? Nein, du net, einfach ein fricken Eisenschwert. Alter, diese Map, sie killt uns. Wir haben... Kann man ja ruhig mal sagen, wir haben eben schon eine wirklich spektakuläre Runde Balloons. Und Balloons bringt mich echt ein bisschen zu verzweifeln. Muss ich natürlich sagen. Ja. Und da bauen sie einfach wieder unseren Weg ab. Ja, warte mal, ich versuche jetzt mal irgendwie... Mal zumindest hier einen schönen Pfeil mitzugeben. Aber er baut halt echt alles ab. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, dass die anderen Teams irgendwie nicht wirklich präsent sind hier. Oh! Oh Gott. Bin ja echt tot. Oh Gott. Was ist da? Hab ich denn... Ja, toll. Ja, richtig viel hier. Hm. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Wir sind praktisch in unserer eigenen Base eingesperrt. Was mich wundert ist, Paddle, wo ist unser... wo ist unser drittes Team-Mate? Ähm. Ich glaub, der ist irgendwo in der Mitte gefahren. Ah, unter uns ist ein Weg? Ne, unter uns war noch gerade einer. Hä? Ich werd schon wieder getroffen, ich bin gleich tot. Oh Gott. Vorsicht. Da ist er doch. Da ist er doch. Wo? Ach da! Hi! Hi! Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich muss mal... Bitte, bitte, schieß mich nicht ab. Alles eingesammelt. Und! Dan, dadadan! So, jetzt hole ich mir einmal ein paar Blöcke. Dann eine Spielzeuge. Hätte ich mir das eine Mal eine teurere Spielzeuge geholt, ey. Obwohl, das wär eh nur Team Gelb gewesen. Ich glaub, die sind echt nicht so präsent. Aber immerhin. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, da geiern sie, Alter. Das sind wie... Wie so Jurassic Park, ey. Da sind die Antoren und wir hängen hier, weißt du? Im Forschungslabor. Dann versuche ich jetzt zumindest... Du den Bogen hier mal rein. Dass wir hier jetzt zumindest näher rankommen. Ist aber auch gerade keiner, oder? Warte. Oh Gott, was mach ich denn hier? Achso, du willst den... Den Weg weiter bauen. Ja, 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 ja. Das ist keine schlechte Idee. Das könnten wir eigentlich machen. Pate, da ist keiner. Okay, ja dann los, 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 los. Wie, wie, natürlich. Es sind noch zwei. Ja, aber die haben nicht geguckt. Ja, aber... Zurück, zurück, zurück! Alter, er hat mir ja richtig einen reingesorgen. Na, mir auch. Alter, die haben den 13er Bogen mit Knockback. Ja. Okay, aber wir haben den Bogen nicht weggeworfen, oder? Der ist noch hier. Nee, nee. Der ist alles noch da. Wir werden jetzt einfach probieren. Ich rush jetzt einfach so lange. Bis wir da so einen kleinen Außenposten haben. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, okay. 24 Blöcke. Komm eine Sache näher. Mich nervt das immer, dass man hier immer durchlaufen muss. Und dann hat man so tolle Sachen. Hm? Ich hoffe einfach, dass unser Kollege... Okay, der hat den Bogen genommen. Läuft bei ihm. Und das jetzt verkackst mit dem Bogen, ne? Oh, Kollege, alter. Zeig. Also das ist echt das Schlimmste, wenn du dich mit deinen Teamkameraden nicht absprechen könnt. Das stimmt. Ich hab nur noch... Hast du noch ein Papier? Oh! Oh, warte mal! Hab ich ihn? Nein, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Aber ich dachte, ich hätte ihn, alter. In der Theorie war alles... So, aber das mach ich jetzt nochmal. Oh, Palle. Na komm, 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 komm! Yes! Der ist unten. Sauber. Okay, aber jetzt bin ich... Oh, jetzt bin ich ein bisschen hier. Ich lock ihn hierher. Warte. Ich muss... Ich muss runter springen. Komm zu mir. Ja, das bringt eh nichts. Da war ich auf einem verlorenen Posten. Nicht mal... Ei, der schlägt mich einmal mit dem Eisenschwert. Einmal. Der muss auch irgendwie einen Trank, glaube ich, geschluckt haben oder sowas. Irgendwann hat er irgendwas geschluckt, Alter. Der hat ein paar... Ein bisschen Boss-Transformationen hat er hinter sich. Aber er... Guck mal, er hier geht zumindest nicht volle Kanne rein. Und das ist gar nicht schlecht. Sondern benutzt den Drogen. Ja, ja. Also macht er gar nicht so... Ich meine, wir müssen nur einmal nochmal irgendwie versuchen... Was machen denn die anderen Teams? Sind die überhaupt noch präsent? Ja, es sind noch drei Teams da. Grün ist das einzige, was es irgendwie aufgrund... Oh, Alter. Ich wäre fast bei Rot gewesen, Alter. Ja. Also das heißt fast, aber... Müssen wir jetzt mal schnuppern können, wie es da aussieht. Oh, sieht ganz nett aus. Hä? Der ist jetzt komplett konzentriert. Nein, 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 nein. Nein, und er hört das! Ich... Ich... Ich wurde von der Seite noch von dem anderen, der Rot hat den gedeckt. Oh, jetzt hat er aber den Bogen... Was? Ich möchte aber sagen, der hat jetzt wieder den Bogen da reingelegt. Das fand ich krass. Cool. Ich war so... Ich war so nah am Bett, Alter. Hätte ich nicht... Mann! Das kann nicht angehen, Alter! Die sind so unvorsichtig bei sich in der Base. Okay. Aber wie können wir das... Dann müssten wir vielleicht zu zweit irgendwie... Ja, eine stärkere Spitzhacke jetzt einfach schon gebracht. Jetzt sind sie natürlich... Nee, jetzt sind sie alle da. Aber es ist natürlich auch nicht schlecht, dass sie alle da sind. Einer ist noch hier, der mit dem Bogen. Okay. Er hat mich auch sofort... Oh, Gott. Mach mal dieses eine Lied mit. Never gonna give you up. Never gonna... Never... Never gonna give you up. Ach so. Rickroll. Ach, das war der Rickroll. Okay. Ich bin da nicht so drin in der Szene. Natürlich nicht. Ich wurde nie gerrickrollt. Niemals in meinem Leben. Jetzt bin ich schon wieder bei Rot. Hab aber auch keine Spitzhacke dabei. Das ist schlecht. Ja. Das ist... Das ist richtig schlecht. Ich wär so durchgekommen, Palle. Aber weißt du was? Ich hab mir jetzt Bögen und alles von denen geschnappt. Und die mich getöteten. Haben dadurch alles verloren. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Weil jetzt werd ich dich zerstören. Ich werd dich... In der Todes-Kombo! Jawoll! Den in der Mitte gesnackt. Okay. Dauber. Okay. Ich renne sofort mit der Spitzhacke durch. Warte. Ich snack hier einfach mal deren Gold. Also das Gold, was hier in der Mitte liegt. Kommt ein Roter. Kommt ein Roter. Der hat wieder einen Bogen. Keine Ahnung, woher. Warte, warte. Ich hab zwölf Gold. Alter, ich muss eigentlich zurück. Ja, dann geh zurück. Geh zurück. Ich lenke ihn ab. Okay, okay, okay. Okay, der kommt. Vorsicht, der kommt. Nein! Und er hat mich einfach runtergeschossen. Aber es ist wieder ein Bogen in der Truhe hier. Okay, wir machen das jetzt, Palle. Okay. Ich hab niemals auch nur... Der kommt, der kommt. Okay, der kommt. Nee, das ist blau. Wir sind blau. Okay. Ich hab wieder kurz Schlaganfall gehabt gerade. Kurz... Kurz Stroke. Ihn hat er auch unter? Okay. Hat er unseren Bro? Oder er hat den... Ja, ja. Achso, schade. Komm, das kriegen wir hin. Verdammt nochmal. Das packt mir auch noch ein bisschen der Ehrgeiz. Wie viel hast du... Was hast du denn alles... Warte! Bergy, lauf! Komm, mach es! Mach es, Junge! Mach es! Mach es! Nein! Ich bin so nah dran! Das gibt es nicht! Oh, der eine... Der eine... Ja! Hast du es? Ja! Sauber, Junge! Richtig, richtig, richtig. Okay, ich hab zwei runtergehauen, Palle. Zwei hab ich runtergehauen. Nice, 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 nice. Perfekt, perfekt, perfekt. Oh man, leider. Weltklasse! Der eine ist bei uns! Der eine ist bei uns! Nein! Ich komm da nicht hoch! Der packt hier einfach nur rum! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ja, 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 warte! Ich komm, ich komm, ich komm! Er packt hier einfach nur rum! Wie kann er denn einfach nur da rumbacken? Ja, er leckt! Er leckt des Todes! Warte, warte! Ich komm! Und unser Typ tut nichts! Nein, 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 nein! Wo ist er? Wo ist er? Hier! Oh, alter Schwede! Sauber, sauber, sauber! Alter, alter, alter! Alter! Team Rot ist draußen, ey! Ja! Weltklasse-Bögen! Also nur noch Gelb! Und die waren so passiv, die können nichts haben! Nee, die chillen ja einfach nur ihr Leben, glaub ich! Die machen live in the vida loca! Ja! Ich glaub, live in the vida loca heißt auch irgendwas wie, wie, leb einfach dein Leben! Ja! Irgendwas... Die haben aber auch Bögen! Nee, warte mal jetzt! Ja! Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg! Ich hab aber keine... Oh, nein! Keine Blöcke? Ja, ja, warte, aber den krieg ich, Alter! So auf dich da unten einzubauen! Ich hol mir jetzt aber ein paar... Oh, da hab ich noch mal... Oh, hier kam mir ja richtig viel Gold raus! 13! Perfekt! Soll ich die Blöcke bringen? Äh, nee, ich hab mir jetzt einfach welche geholt! Achso, okay! Oh, nee! Triff mich bitte nicht von hinten! Zack! Hi! Hi! Soll ich eine Enderpearl? Nee, oder? Nee, das machen wir so jetzt! Okay! Zack! Machen wir uns auch mal einen feinen... Machen wir mal die mittlere Version! Zack! Ich hol noch mal einen Pfeil! Dann können wir uns auf jeden Fall noch mal einen Bogen machen! Ähm, Patz! Brauch ich noch mehr? Ne, brauche ich nicht! Ich hol mir auch noch mal... Ich hol mir noch mal für das Eis eine bessere Spitzhack! Wie sieht's denn da vorne aus an der Front? Alles gut! Alles gut! Alles gut! Okay! Perfekt! Patz! So! Blöcke jetzt! So! Dann würd ich doch mal sagen... Sind wir... Sind wir bereit für... Bedkling! Der Typ der das Gold hat ist weg! Okay! Perfekt! Nur noch einer mit dem Bogen in der eigenen Base von denen! Den kriegen wir jetzt aber auch so! Jetzt müssen wir ja nicht den Berksman machen! Hier! Was macht denn unser mit dem Magic-Stick da? Ich weiß es nicht! Okay! Der hat sich jetzt aber auch so ein bisschen eingebaut! Ja! Aber ist natürlich immer noch... Bisschen haarig! Oh! Birgi! Birgi geht vor! Ja! Einfach nur... Um rein zu prischen! Vorsicht! Nein! 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 Ich werde mich einfach... Sauber! Sauber! Nein! Ich bin tot! Was mach ich jetzt? Ich schieß einfach auf! Was mach ich jetzt? Kommst du relativ schnell wieder? Ich bin schon wieder auf dem Weg! Ich bring den Eisenschwert mit. Oh, oh, ich muss unbedingt was essen. Iss, 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 iss halt durch. Nein, die haben sich, die haben sich ein. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Nein, so kurz davor. Nein, wir haben ja gar nichts mehr. Okay, okay, okay. Vor allen Dingen, das haben sie... Die haben mich sofort gekriegt. Es ist unglaublich. Wir kommen alle zu dritt jetzt auf einmal. Ich probiere zumindest jetzt nochmal schnell. Die werden wir zerstören. Wir können jetzt nicht so kurz vom Ziel hier in irgendeiner Weise aufhören. Weg runter. Hast du eine Spitzhacke? Nee. Oh, crap. Bist du da vorne schon? Ja. Ich bin über deren Base. Ich bin bei denen. Ja, verdammt, aber ich kann ja auch nicht. Ich habe ja auch einfach nur schnell hier irgendwas gesnackt. Oh, nee. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hätte einfach eine Spitzhacke mitnehmen sollen, das war so blöd. Ich gehe einfach hier jetzt schnell zu denen. Ach, die haben ja auch sogar einen Ender-Chess. Okay, noch bauen. So, 22 Eisen. Okay, ich habe den mit dem Bogen wieder runtergehauen. Okay, bist du noch über... In der Base? Ja, jetzt bin ich wieder weg. Ich war eben gerade in der Base. Ich habe von da dann versucht, zu infiltrieren. Zu infiltrieren? So, zack. Jetzt muss es crunchen. Bitte. Crunch oder Crunch? Wir könnten ja... Nee, wir müssen das doch auch so hinkriegen. Zwei... Ja, Sighi. Finde da. Nein, ja, Sighi. Hast du was zu essen, Sighi? Nee, nee, nee. Egal, dann kriegen wir das auch so. Vorsicht, lass ich von ihm jetzt nicht... Hat der einen immer noch einen Bogen? Nee. Wie haben die denn... Doch, doch, der andere hat einen Bogen. Doch, alter der hinten, okay, ja. Ja, dann brauchen wir unbedingt einen. Ich glaube, ich bin eigentlich schon wieder tot. Okay. Nee, alles gut. Jetzt wir nächstes Mal hier. Ah, wir hätten den Deckel gut zumachen können. Ja. Zack, sieben, sieben reichen. Ah, nee, warte, ich brauche acht. Ich muss noch irgendwo da. Der Backdoppel hier in der Wand. Zack. So, Blöcke. Habe ich nichts. Sollte ich nochmal abbauen. Kommen die? Ja. Oh, no. Soll ich jetzt... Okay. Du Hund. So, runter mit dir. Dann gehe ich mal schnell was snacken. Wäre toll. Das war ja selten intelligent. Reicht aber, Gott sei Dank. Ein wenig Böcke. Und dann geht's schon los. Kannst du was zu essen mitbringen? Kann ich tatsächlich machen? Worüber wir, glaube ich, noch nie gesprochen haben. Oder haben wir schon mal über Star Wars geredet? Über den Trailer? Nee. Ich habe da mit Kedos in einer anderen Folge drüber geredet. Bist du hyped, oder? Ja, total. Warte mal ganz kurz. Gelb ist gerade an mir vorbeigelaufen. Warte. Ich bin gerade... Warte. Oh, warte. Gelb ist in der Mitte. Einer von Gelb baut sich gerade aber auch links von uns. Ich weiß nicht, ob ich den... Aber der braucht noch viel zu lang. Okay, einer ist richtig dämlich runtergefallen durch den Trick. Okay. Das hört sich gut an. Das heißt, nur der mit dem Bogen ist noch drin. Ach, verdammt. Okay. Der ist hier unten, der ist hier unten, der ist hier unten. Bist du noch hier? Ja, der ist hier unten. Wo, wo, wer, wer... Mit dem ganzen Gold. Ja. Oh, die haben ja auch eine Ender Chasse. Das sehe ich jetzt erst. Ja, ja. Das haben die... Mach sie doch kaputt. Aber ich glaube, das sind die nicht. Okay. Hast du Essen dabei? Jo, habe ich. Warte. Kannst du mir was runterwerfen zum Gold? Ach so, runterwerfen. Zack, zack, zack. So, okay. Danke. Das ist jetzt eine Persönlichkeit. Der kommt von hier unten. Okay. Hä? Ach, die haben sich so einen Weg unten gebaut? Ja, nee, nee, nee. Der ist einfach von hier runtergefallen. Ist okay. Hör auf in deiner Bögenbase. Ich spüre die. Ich will dein Bett. Und wenn ich das Bett nicht bekomme... Ach, die haben den Weg hier auch wieder so ein bisschen... Ich glaube, der ist unter dir und glaube, ich würde sich jetzt da hochbauen. Okay. Okay, ich hole jetzt auch einen Bogen. Also auf jeden Fall ist noch einer unter dem ganzen Gold. Das hast du mitbekommen, ne? Äh, ja. Also direkt unter dir. Okay. Ich will ja... Der interessiert mich ja gar nicht. Ich möchte den... Ich habe ihn nach vorne. Irgendwie. Warte mal, hier ist... Ach, da ist noch der andere. Oh, der ist... Ah, verdammt. Der ist aber auch gut equipped. Ich muss einfach da in diese Base. Ich muss einfach das freaking One-on-One im Bogenkampf gegen den gewinnen. Das kann nicht so schwer sein. Naja, toll. Dann trifft er mich schon direkt. Komm schon, ey. Da ist er, da in seiner Base. Und jetzt natürlich die wesentlich schlechtere Ausgangsposition. Ich habe ein bisschen Angst, dass die eine Ender-Pirle haben können, aber... Ja, glaube ich nicht. Okay, der eine hat sich umgebracht. Und er trifft mich einfach wieder. Warte mal. Bist du das gerade da oben? Nein, das ist der Gegner. Okay, das könnte man natürlich auch zum Vorteil nutzen. Ja. Indem man da einfach längs geht. Aber da ist natürlich der andere. Der passt natürlich mit dem Bogen da auf. Ja, aber ist die Frage, ob er sonst... Achso, du bist da auch schon. Soll ich das machen? Probier's. Ich meine, die sehen das doch im Grunde genommen nicht. Ich werde versuchen, hier Verwirrung zu stiften. Ja doch, er schießt mit dem Bogen auf mich. Also er wird schon wissen, dass ich da komme. Warte mal. Ich will jetzt mal wieder den Weg hier. Einer kommt mir entgegen. Oh, oh, warte. Hier kommt auch gerade ein Dingensfirecrafter. Was will der denn? Er ist unter. Ach, da unten ist er hängen im Sprung. Ah, warte, aber vielleicht kriege ich den. Okay, er kommt. Verdammt. Ich muss ihn nur einmal... Oh, schön. Schön. Ja. Ich treffe ihn aber nicht. Okay, perfekt. Okay, jetzt muss der andere so ein bisschen drauf auch reagieren. Und ich versuche ihn einfach abzuschießen. Ja. Und einfach so ein bisschen im Zaum zu halten. Ich höre doch hier gerade Blöcke. Ach, hier unten ist einer. Der Hund. Oh, nein. Nein, bist du... Das gibt's doch nicht. Ich dachte, der wäre noch... Der ist also noch da unten in der Base oder was. Unter uns. Ja. Ich schwöre mir auf, Alter. Ich schwöre dir, lass mich... Nein, und jetzt... Nein, er trinkt einen Trank. Okay, warte. Ich komme mit drauf. Ich bin... Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Ich habe aber nur noch... Nein! Und dann ist da wieder einer mitgebeschwört. Ich kriege einen zu viel. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Ah, jetzt haben wir auch einen Ender-Chess. Was ist denn? Ich... Ich werde diese Folge nicht beenden. Ich... Ich war so nah dran. Ey, wir hätten einfach im Grunde genommen... Warte, ich habe den... Ich habe den alle... Ich habe alle mit dem Bogen. Alle... Komm her, ihr Palle. Ja, ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. So, ich gehe an die Kiste. Klaue denen alles, was sie haben. Gold, Eisen. Sie haben nichts mehr. Sie haben nichts mehr. Sie sind komplett nackt. Sie sind... Haben nur noch... Äh, haben nur noch Bronze. Okay, perfekt. Bist du noch da? Nein, nein, ich bin tot. Ach so. Okay. Ich habe halt alles mit dem Tod gerissen. Okay, dann haben sie tatsächlich hier gar nichts mehr. Nice, Burgi. Warte, ich gehe jetzt mit dem anderen Bro da rein. Schnappt euch die Beutel. Nein, sie haben hier einfach alles richtig krass zugebaut. Ich komme da mit meinem Ding jetzt gar nicht hin. Mit deinem was? Ja, mit meiner Spitzhacke. Hier ist alles voller Truhen. Nein, ich versink einfach nur. Okay. Ja, warte. Dann haben wir das ganze Gold hier noch. Schmeißen wir eine Gravitationsbombe rein. Mach das. Solange die jetzt nicht... Solange die jetzt einfach nichts mehr snacken. Dann haben wir in der Folge alles gehabt. Alles, was ging. Wie mache ich das? Ich kriege das hier auch einfach gar nicht kaputt. Nein? Seht ihr mich? Aber durchkommen sie nicht, ne? Das würdest du mir sagen. Äh, ich sehe... Ich sehe ja nichts. Ich bin hier komplett eingesperrt. Ja, die sind da bei dir und lungern da rum. Alles gut. Ja, die sind komplett... Also wenn du hier reinkommst... Ich bin hier einfach in diesem Spinnennetz gefangen. Ja. Aber dieser... Unser Mitspieler... Oder bist du das? Ah, das bist du. Tötest du gerade, Leute? Jetzt werde ich geschlagen. Komm, 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 komm. Ich muss doch... Ey, der hört dann auch manchmal einfach auf zu graben. Ich verstehe das gar nicht, wenn ich hier drin bin. Okay. Ich bin hier... Nein, jetzt ist hier einer mit dem Schwert. Ja, genau. Mach das selber kaputt. Nein, nein, nein. Er wird mich... Er hat mich bekommen. Okay. Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Der Eingelber kommt wieder in die Mitte. Also die haben ja auch letztlich nichts. Sie haben noch ihre... Ihre... Ganz normalen Späder. Sie kriegen halt einfach ein Eisen. Dürfen sich jetzt halt nur nicht wieder so starke Krippen. Das stimmt. Du hältst hier aber ein Schach, ne? Ne, ich bin gerade oben. Und versuche jetzt von oben das Bett abzubauen. Okay. Warte, ich glaube, da kann ich mir nicht mal was holen. Kommt da einer? Ne. Spitzhacke. Zack. Okay, go, go, go. Ja, die haben sich auf jeden Fall Gold geholt, die Penner. Entschuldigung. Schon wieder? Ja. Einer ist gerade in die Mitte. Ich denke, die Penner war jetzt ja nicht böse. Nein, nein, das ist einfach... Also das ist ja eine spannende Runde. Da kommt noch einer in die Mitte. Jo, jo, jo. Lass dir mal nicht so viel Gold snacken jetzt. Ich habe ihn... Er geht wieder zurück. Der eine Gelbe kommt da aber wieder links rum. Warte mal, wir müssen... Ich bin gerade oben. Oh Gott, Palle, sag das doch. Ja, ich habe doch gesagt, da kommt einer oben längs. Wir müssen jetzt einfach... Wir müssen zu zweiter längs. Hast du ihn gesnackt oder bist du tot? Ne, ich habe ihn. Ja gut, dann komm entweder zu mir, weil dann zu zweit schaffen wir das. Sie haben schon wieder einen Bogen. Ich weiß. What the... Und kämpeln dann einfach wieder links. Oh, warte. Oh nein, da kommt schon wieder einer. Ich raste aus. Warte mal, was könnte ich jetzt... Eine kämpft doch da drin. Oder ist der sein Bro hinterher gelaufen? Ja genau, geh du auch mal nach oben? Ja, genau. Ja, genau. Nein, da sind zwei. Bitte, bitte seid beides. Ich habe den einen nach unten geschlagen. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein, nein, nein. Geh weg! Ich muss einfach wieder hier rein. Jetzt habe ich doch das schwer. Jetzt müsste ich das doch easy abbauen können hier. Lasst mich in Ruhe. Börgi, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich brauche unbedingt Hilfe. Bitte, 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 bitte. Wo bist du? Ich bin direkt in deren Base. Ich bin direkt über dir. Okay, okay, okay. Komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Was soll ich machen? Ja, halt sie mir von der Lampe. Womit baue ich Kisten am schnellsten? Nein, nein, der hat mich getötet. Börgi, mach es. Ich bitte dich. Gewinn diese Runde für uns. Ich bin einfach gerade auch mit dem Typen halt im Wir sind ineinander, ne? Das ist das Problem. Das ist unser essentielles Problem, glaube ich. Dass ihr ineinander seid? Ja. Sehr gut. Kann sich halt... Yes! Nein! Nein, nein, nein. Du baust jetzt hier... Unsers auch? Was? Unsers auch, oder was? Nein, 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 nein. Alles easy. Der hat irgendwas gesprengt hier. Der eine hat sich einfach in den Tod gestürzt. Ich schwöre dir. Ihr holt euch jetzt hier nichts mehr. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Sind die beide, sind die alle beide da? Ja, ja, die sind beide hier. Und sie sind, sie sind hoffentlich beide tot. Ja. Leute, Leute, Leute. Leute, 29 Minuten und 24 Sekunden ging diese Runde. Und er schreibt gerade, achso, LW schreibt dieser eine komische Typ aus unserem Team, weil die sich wahrscheinlich einfach teilweise so ein bisschen eingekämmt haben. Zumindest der eine mit dem Bogen. Aber wie gesagt, Leute, es gab ein Happy End. Und wie wir am Anfang der Folge gesagt haben, niemals aufgeben. Und in diesem Sinne, Leute, es war eine harte Geduldsprobe. Ich bedanke mich bei jeder Person, die immer noch zuguckt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wer so lange durchgehalten hat. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut auch auf jeden Fall bei dem lieben Herr Bergmann vorbei, der hier so eisern mit mir durchgehalten hat. Na klar, immer. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, jawohl, jawohl. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.